Mein Zauber wirkt nur auf... Er soll sich nicht so haben, so groß sind die jetzt auch nicht. Nur 30 Meter. Oder länger. Lol, wo bin ich hier? Prinzessin, was ist? Er ist in meinem Kopf. Hat dich deine Vergangenheit etwa eingeholt? Lasst euch nicht verwirren. Es ist nur ein Spiel. Eine finstere Illusion, um euch zu brechen. Nichts davon ist wirklich. Versucht euch darauf zu besinnen, was ihr wirklich seht. Und der Trug wird verschwinden. Was bist du? Es ist nur eine Illusion. Sagt, was wirklich an dieser Stelle steht. Hier ist... Hier ist... Eine Statue. Eine Statue. Hier steht... Ein Schild. Ein Schild. Andersrum. Hier ist... Eine Statue. Hier steht... Eine Rüstung. Hä? An dieser Stelle ist... Achso, das ist in jedem Raum gleich. Okay. Eine Statue. Hier ist... Ein Schild. Hier steht... Hier steht... Hier steht... Eine Rüstung. Hier ist... Hier ist... Nichts. Moment. Statue, Rüstung, Schild, Fackel. Hier steht... Hier steht... Eine Statue. Eine... An dieser Statue. Hier steht... Eine Rüstung. Eine Rü... Hier ist... Hier ist... Eine... Ein Schild. Ein Schild. Und hier ist... Eine Fackel. Ein Fackelhalter. Hier ist... Hier ist... Nichts. Wie jetzt? Ist was falsch? War doch richtig? Hier ist es einfach umgedreht. Na klar ist es richtig. Hä? Hier steht... Hier ist... Nichts. Hier ist... Eine Statue. Hier ist... Da ist... Die Rüstung. Eine Rü... Hier steht... Der Schild. Ein Schild. Und da ist... Der Fackelhalter. Ein Fackelhalter. Hier steht... Ist doch andersrum, oder was? Fackelhalter. Ein Fackel... An dieser Stelle ist... Dann ist hier logischerweise das Schild. Ein Schild. Hier ist... Eine Rüstung. Eine... Hier steht... Da steht... Eine Statue. Und hier ist... Nichts. Nichts. Wir befinden uns in der unteren Kammer des rechten Turms. Fackelhalter, Rüstung, Statue... Ich verstehe nicht ganz den Aufbau, wenn ich ehrlich bin. Ich lasse mal raus. Und senke den Schildkristall ab. Bam. Da war's das dann auch. Ja, und jetzt muss ich irgendwie... Das geht nur bei... Äh, okay. Ich gucke mir das nochmal. Ich gucke mir das nochmal an. Also hier ist nichts... Also hier ist nichts... Statue, Rüstung, Schild, Fackel... So wie ich es am Anfang gemacht habe. Hier ist nichts... Statue, Schild, Rüstung... Und hier ist nichts... Statue... Was ist das? In der Mitte des Raumes haben sie erst ein Loch geschlagen und es nun überwuchert. Wie eine Brücke. War ich hier schon mal? Ich glaube nicht. Sie wachsen so... Okay... Davon brauche ich kein... Ich bin leicht verwirrt. Also es ist überall anders. Nehme ich jetzt zumindest mal an einfach. Das heißt... Da wird ein reines Versteckchen... Da wird ein reines Spielchen jetzt, wo es irgendwas ist. Nichts. Ich warte jetzt einen Moment. Wir machen das mal ganz anders. Wir machen das ganz simpel. Also... Moment. Ich brauche einen Stift. Äh, bevor ich jetzt... Äh... Hier drei Stunden rumrate... Haben wir hier... Nichts. Statue... Statue... Rüstung... Schild... Fackel... Fackel... Dann haben wir hier... Fackel... Rüstung... Schild... Statue... Ich bringe mal ein... Schild... Statue... Und... Nichts. Schild... Dann haben wir hier... Dann haben wir hier... Puh... Nichts... Statue... Schild... Rüstung... Fackel... Fakkel... Rüstung... 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 Falls ihr es noch nicht gesehen habt, Herrin... Da ist ein Graben zwischen euch und dem Kristall. Einen Schritt weiter und eure Abenteuer sind beendet. Das ist mir aufgefallen. Kasims... Ihr mit... Was? Nochmal. Kasims Anwesenheit schwächt mich. Ihr müsst den Kristall mit euren eigenen Händen... Okay. Uff... Uff... Falsche Ebene... Okay... Den kann ich ja nicht mehr berühren. Achso, ich komme jetzt von oben drauf. Ach, alles klar. Und durch den jetzt mal beenden. Der Turm ist nun wieder unten. Okay. Schwiebelkristall? Er ist nun wieder wach und oben. Äh... Okay. Der Turm ist nun wieder... Ja, was genau haben wir jetzt getan? Jetzt ist der wieder oben, okay? Hat das irgendwas verändert? Nicht wirklich. Ah, ich habe jetzt drei Aufzeichnungen. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das mir jetzt bringen soll. Äh... Ja. Das ist alles sehr seltsam. Können wir nochmal rausgehen kurz? Bringt mir jetzt hier aber nicht wirklich viel, ne? Ich kann nur wieder... Pfff... Ja, nö. Turm 3 hinunter. Raus. Ja, okay. Bringt mir jetzt auch nichts. Äh... An dieser Stelle ist... Also... Wir haben... Das ist aber auch... Gibt auch keinen Sinn, weil wir haben ja... Wir haben... Warte mal. Wir haben drei... Wir haben drei Türme. Moment. Endes... Ich weiß... Seht euch die... Was? 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 Was war das jetzt gerade? Hier ist... Ich weiß es nicht. Ich kann nicht klar denken. Die Objekte in den Kammern sind nach einer bestimmten Logik angeordnet worden. Seht euch die anderen Räume genau an. Vielleicht könnt ihr ein Muster erkennen. Ah, das ist klar. Es gibt doch ein Muster. Also in dem Turm da rüber. Ist das vielleicht von Turm zu Turm unterschiedlich? Warte mal ganz kurz. Turm 2. Ist nichts. Statue. Schild. Ne, ne. Warte mal. Das hier ist... Nichts. Rüstung. Schild. Statue. Nichts. Das habe ich schon mal nur umgedreht gehabt. Quatsch, das ist ja eine Fackel. Ja, das ist ja das hier. Stimmt. Fackel, Rüstung, Schild. Genau, das ist das. Wenn ich jetzt hochgehe. Moment. Achso. Hier geht es auch unten wahrscheinlich. Ja, nach unten. Genau. Wenn ich runtergehe, habe ich... Nichts. Statue. Schild. Rüstung. Das ist genau. Umgedreht. Das ist also pro Turm unterschiedlich. Das heißt, ich muss theoretisch nur das, was ich hier habe. Das wäre nicht Statue, Rüstung, Schild. Ah, okay. Das habe ich jetzt erst aufgeschrieben. Alles klar. Das heißt auf Deutsch. Hier ist... Der Fackelhalter. Hier ist... Hier ist also das Schild. Oh, ich hoffe, das klappt jetzt nicht. Ein Schild. Hier steht... Äh, hier steht... Eine Rüstung dann? Eine Rüstung. An dieser Stelle ist... Äh... Hier müsste dann... Eine Statue stehen? Eine Statue. Und hier ist... Nichts. Äh, nichts. Nichts. Hier steht... Habe ich das mit dem Schild falsch gesagt? Hier ist ein Fucker, Alter. So, hier ist... Ein Schild. Hier steht... Hier steht... Eine Rüstung. Eine Rüstung. An dieser Stelle ist... Hier steht... Ein Stator. Und hier ist dann logischerweise nichts. Nichts. Das hat nicht geholfen. Ist anscheinend doch nicht so, wie ich es gedacht habe. Hier komme ich nicht rein. Schwebelkristall. Deaktive ich einfach mal. Miau... Flupp. Ist ja mit dem Schild... Äh... Scheint irgendwie nicht zu klappen. Was haben wir denn hier? Hier haben wir... Also... Das ist ein Turm. Die beiden. Moment. Den muss ich kurz aufschreiben. Jetzt haben wir hier... Rüstung. Kratsch. Fackel. Schild. Rüstung. Nichts. Statuer. Und jetzt haben wir hier unten... Nichts. Schild. Statuer. Fackel. Rüstung. Das ist ja... Das ist ja wieder komplett anders. Lass mich kurz nachdenken. Es ist irgendwie sehr verwirrend. Steht irgendwas immer an selber Stelle? Ich gehe mal zurück. Also ich sehe gerade, dass beim Ersten... Tauscht auf jeden Fall nichts und Fackel immer. Bin ich da? Aber beim Ersten tauscht auf jeden Fall nichts und Fackel immer. Ich habe dreimal nichts, also müsste theoretisch hier... Die Fackel sein. Fackel. Ein Fackelhalter. So. Dann haben wir SRS. Also Statuer. Rüstung. Statuer. Schild. Schild. Das heißt, hier müsste theoretisch eine Rüstung... Weil die habe ich erst einmal. Rüstung. Eine Rüstung. Boah, ey. Rüstung, Schild, Schild, Rüstung, Statue. Das heißt, hier fehlt eine Statue. Statue. Eine Statue. Äh... Schild, Statue, Rüstung. Nichts. Hä? Das ist... Das hat jetzt wieder nicht hin. Schild, Statue, Rüstung, nichts. Fackelhalter. Dann habe ich ja hier alles einmal. Was habe ich beim letzten? Fackel. Nichts. Fackel. Statue. Rüstung. Da muss hier wahrscheinlich nichts hin. Und dann bleibt mir hier noch das Schild übrig. Oder was? Doch, muss ja das Schild sein. Ein Schild. Es bewegt sich nichts. Also nichts mehr. yeaang... Jeayyy... Schwebekristall! Töten! Töten! Der Schwebekristall! So, dann gehen wir zur Brücke. Müsste jetzt Finally rauskommen. hier. Sehr schön. Jetzt gehen wir nach oben. Oben. Jetzt gehen wir hier rüber zum ersten Turm. Deaktiven Denkristall. Und theoretisch müsste das gewesen sein. Jetzt gehen wir mal raus. Okay. Jetzt kommen wir nicht mehr raus. Das funktioniert so aber nicht. Ich glaube, wir müssen da irgendwie eine Brücke bauen. Ich bin mir auch noch nicht sicher wie. Ach, warte mal. Kann ich da eventuell mit den Tentakeln was machen? Mein, der wird ja den Tentakeln anscheinend ähnlicher als mit den Tentakeln machen. Das ist hier das Drittbrücke, gell? Kann ich die vielleicht hier rumholen? Besser, ihr kommt ihnen nicht zu nahe. Danke, aber ich stehe gerade auf ihn. Besser, ihr kommt ihnen nicht zu nahe. Danke, aber ich stehe gerade auf ihn. Äh. Kann ich die festbinden? Ich sehe keins ist. Nein, ich will die festbinden. Das ist es nicht, was sie wollen. Ist es also nicht. Sie wachsen sofort wieder zusammen. Äh. Weichet. Kasims Arme scheinen sich von den geweihten Relikten nicht beirren zu lassen. Soviel zu den, ich bin geweiht, ich krieg das alles hin. Solange er schläft, befindet er sich hier unten. Falls ihr es noch nicht einsch... Äh. Okay. Das ist... Falls ihr es noch nicht einsch... Falls ihr es noch nicht einsch... Kasims Anwesen hier müsst... Ähm. Kann ich vielleicht den Ring darüber werfen, so? Na, das geht gar nicht. Ich hab so ein bisschen... Keine Ahnung. Äh. Irgendwie müssen wir hier eine Brücke bauen. Ich weiß bloß noch nicht wie. Wir brauchen irgendwas dazu, aber ich weiß immer noch nicht wie. Ich kann mir ja vorstellen, dass man eventuell die Arme irgendwie da rüber schlagen soll. Deswegen hat es hier glaube ich wahrscheinlich auch gerade so komisch geantwortet. Ne? Achso. Moment. Moment.